Ihr versautes Hotelbett. Ein feuchterotischer Urlaubsmorgen. Voller Lust in das nässegeschützte Hotelbett zu pinkeln, gehört zum festen Urlaubsritual des jungen Ehepaars Anna und Jesko. Auch an diesem Morgen zelebrieren sie die unanständig erregende Tradition, die sie in ihrer Liebe näher zueinander bringt und in völlig neue Höhen der Leidenschaft katapultiert. Herzklopfen inbegriffen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de